Also, ich möchte mich einmal bedanken für die wirklich große Hilfe. Es war sehr schön, mit welcher Geschwindigkeit Unterlagen weitergeleitet wurden, mit welcher Geschwindigkeit Daten geklärt wurden, mit welcher Geschwindigkeit geholfen wurde, damit man auch die richtigen Unterlagen eingereicht hat. Es war eine sehr, sehr große Hilfe für mich. Wenn irgendwas benötigt wurde, wurde ich informiert per E-Mail, telefonisch. Ich konnte die Unterlagen per Fakt schicken, per E-Mail schicken. Und die Verbindung, die dann aufgebaut wurde, die Bank, die dann gefunden wurde, um die etwas schwierigen Objekte wirklich zu einer Endfinanzierung zu bringen, diese Bankverbindung war exzellent. Die Daten gingen ganz schnell rüber. Und das Angebot und der Vertrag mit der Bank war in einer Geschwindigkeit herbeigeführt worden, wo ich mich wirklich sehr bewundert habe. Und die Konditionen waren auch viel, viel besser, als ich selbst gedacht habe, obwohl ich doch der Meinung war, dass ich etwas von Finanzierung verstehe. Und insofern gilt mein Dank insgesamt für die Abarbeitung der Unterlagen, für die Erarbeitung der Objektdaten und für die Vermittlung bei der Finanzierung. Vielen Dank. Dankeschön.